Musik Ich bin Christoph, ich mache hier Produktmanagement. Also der Job ist für mich sehr interessant, weil ich einfach merke, dass Fahrradfahren ist für mich einfach ein Teil meines Lebens und man kann es so kombinieren. Das ist für mich extrem wichtig. Wirklich Produkte, die mich interessieren, auch zu testen, anzuschauen und einfach direkt ein Feedback für mich selber zu haben und ich fahre in meiner Freizeit liebend gerne Fahrrad, Mountainbike vor allem, BMX, Rennrad, alles. Ich versuche einfach alle Aspekte des Fahrradfahrens aufzugreifen. Ich habe mit 13 angefangen, Kreis zu fahren, bin früher Werkkämpfer gefahren, bin dann gesprungen, bin dann darauf gekommen, dass ich gerne Mountainbiketouren fahre, bin dann Touren mit Freunden gefahren. Es ist einfach wichtig, dass man immer am Ball bleibt, dass man einfach wirklich weiß, was passiert, was passiert in der Szene, was sind die neuen Trends, wo entwickelt sich etwas hin. Ich könnte meinen heutigen Beruf machen und ich sehe dann einfach viele Aspekte vom Fahrradfahren, die ich sonst vielleicht gar nicht sehen würde und ich bin einfach aufmerksamer geworden auf die ganze Branche. In Aachen haben wir eine sehr große Szene auf das Mountainbike eingebaut. Wir haben versucht einfach einen Bikepark zu bauen, der für jeden, jedermann da ist. Wir haben uns damals sehr gefreut, als Bikecomponent uns gesagt hat, ja, wir helfen. Ich fahre gerne in Bergen, ich fahre gerne Straße, ich fahre auch gerne Dirt oder sowas in der Richtung. Ich liebe es einfach irgendwie zu rollen und einfach so einen gewissen Flow zu spüren dabei. Ich denke, wenn ich Fahrrad fahre, gibt mir das Gefühl von Freiheit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.